Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 20. August. Heute haben wir dabei Disney+, Apple Arcade, Mastercard, Facebook und Twitter. Fangen wir an mit Disney+. Das ist ja der Streaming-Dienst von Disney, logischerweise. Deswegen heißt es ja Disney+. Da sind jetzt ein paar Sachen bekannt geworden und zwar wegen Plattformen, der kommen wird. Denn er startet halt am 12. November in den USA und Kanada und auch in Holland. Das ist interessant, denn ansonsten kommt er zu uns nach Europa erst im nächsten Jahr. Eine Woche drauf, also von dem November 12. ist auch noch Australien und Neuseeland dabei. Aber viel wichtiger, wo kann man das Ding dann empfangen? Und man kann es fast überall empfangen, denn es wird verfügbar sein auf iOS, auf Apple TV, auf dem Google Chromecast, auf Android, auf Android TV, auf der PlayStation 4, auf Roku und auf der Xbox One. Also so viel bleibt da nicht über. Man könnte jetzt sagen, okay, was ist mit Windows? Ja, schauen wir mal. Aber die können ja auch auf der Xbox eventuell gucken. Und natürlich hier, die Amazons Fire TVs sind auch noch nicht dabei, sag ich mal. Da wird bestimmt auch noch was kommen. Was auch noch demnächst kommt, das ist Apple Arcade, der Spiele-Dienst von Apple, wo man einmal monatlich zahlt und dann alle Spiele, die verfügbar sind, spielen kann. Und da ist jetzt der Preis geleakt, denn 9to5Mac hat einen Zugang zu Apples Early Access Programm bekommen und hat da einen Banner entdeckt, also einen Werbebanner, wo halt der Preis von 4,99 Dollar angekündigt wird pro Monat, zusammen mit einem freien Testmonat. Kann sich natürlich alles noch ändern, aber ist auf jeden Fall schon mal ein Indikator. Was jetzt auch rauskam, schlechte Nachrichten, ist, dass bei Mastercard Kundendaten gelegt worden sind, also gehackt worden oder wie auch immer man es nennen möchte. Das Bonusprogramm von Mastercard heißt Priceless Specials und da ist jetzt eine Liste ins Internet gelangt mit 90.000 Nutzern. Da sind Namen, Telefonnummern, Anschrift, E-Mail-Adressen und noch mehr drauf. Also von daher, falls ihr bei dem Programm mitgemacht habt, seid vorsichtig, checkt mal eure Kreditkartenabrechnung und wenn eventuell jemand anruft und sagt, er ist von Mastercard, dann überlegt zweimal, ob der wirklich von Mastercard ist. Ja, bleiben wir beim Thema Hacken, Sicherheitslücken und sonst was. Facebook hat ja schon länger ein Programm, wo es ein Kopfgeld aussetzt auf Lücken, auf Sicherheitslücken, die reportet werden. Und das Programm, das ist jetzt wieder erweitert worden und zwar enthält das jetzt auch Instagram. Sprich, wenn in Instagram Daten, Leaks, Lacks besser gesagt auftauchen und die reportet werden, dann gibt es da halt auch eine Prämie für und Facebook erhofft sich so mehr Informationen, schnellere Informationen, falls etwas auftaucht. Gut. Letztes Thema für heute, Twitter. Die haben jetzt im Rahmen des Stresses, was da gerade drüben in Hongkong passiert, sich dazu entschieden, keine staatlich gesteuerten Nachrichtensender mehr zu erlauben, also denen Werbung zu erlauben. Also die können zwar Twitter immer noch nutzen, ist zwar in China zum Beispiel verboten oder geblockt, aber natürlich, es gibt ja Wege drumherum und die haben es wohl auch genutzt, aber die dürfen jetzt keine Anzeigen mehr schalten. Und was ist ein staatlich kontrollierter Nachrichtensender? Das ist zum Beispiel nicht hier wie bei uns hier ARD, ZDF und Konsorten, denn die werden ja nicht vom Staat bezahlt und auch nicht direkt andersweitig kontrolliert. Die werden ja eigentlich von unseren Bürgern in Deutschland mit unserer GEZ finanziert und haben halt nur so eine kleine Aufsicht drumherum. Es geht hier wirklich um, jetzt in dem Beispiel konkret, um das von China gesteuerte Nachrichten-Outlet Xinhuao oder wie auch immer es ausgesprochen wird und da gibt es ja auch in diversen anderen Ländern ähnliche Fernsehsender, auf die sowas auch zutrifft. Finde ich im Prinzip einen guten Zug von Twitter, andererseits fragt man sich, wo es dann kann, dann hat die Grenze gezogen, wer definiert das, ob das wirklich so ist oder nicht. Das steht mal auf einem anderen Blatt. Ja, und das war es dann auch für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag und bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk